Ne, da kann man doch jemand mitnehmen. Ich möchte ja dann was kaputt machen. Ich will das Bescheid kaputt machen. Ja. Dann muss ich Tonja nochmal anrufen, wenn ich den die Flecken fertig gemacht hab da. Der ist tot. Hey, guter Mann, kann ich ihn... Gute Frau. Kann ich ihn... Ich hatte nicht vorgehabt, die Kiste zu klauen. Ich wollte ihn eigentlich... Hey, rufen Sie einen Arzt! Rufen Sie einen Arzt! Rufen Sie einen Arzt! Lady? Wie wär's mit, was zu essen? Klar, was zu trinken dabei? Ein Dinner? Naja, Sie wissen schon. Rufen Sie einen Arzt! Ich steig mir eben ein. Hey! Hey! Was stimmt denn nicht? Guter Mann. Sie haben's gesehen. Ich wollte dich nur einladen. Hat dann keiner in Krankenwagen gerufen? Kann man das machen? Gelegenheit mit Bildern zu die Kohle zu machen. Haben wir eine Liste der Orte gemacht, die... Oh gut, das werde ich dann mal machen, damit ich Kohle machen kann. Aber ich würde gerne erstmal... Hm... Gerne wissen... Hatte man keine... Notfalldienst? Hallo, hier ist 9-1-1. Welche Erdbewerbungen braucht ihr? Du bist eine Route. Danke. Paramedics sind auf der Route zu deinem aktuellen Ort. Hoffentlich nicht für mich jetzt, ne? Ich würde jetzt hier eben halt... Gott, bin ich nett. Die Frau hier hat's ganz schlimm erwischt. Wir hatten einen Auffahrunfall gehabt. Guter Mann. Hören Sie mir bitte zu. Kommen Sie mal bitte her. Kommen Sie mal bitte her. Hey! Hallo, hier ist 9-1-1. Welche Erdbewerbungen braucht ihr? Danke. Paramedics sind auf der Route zu deinem aktuellen Ort. Was ist wirklich passiert? Oh ja. Moment, das wollte ich nicht. Alles gut. Hey, hier liegt eine Verwundete. Vorsichtig, mein Guter. Das muss ich Maßnahmen ergreifen. Herr Notarzt, kommen Sie bitte. Wo bleiben Sie? Wo bleiben Sie denn? Hallo? Da kommt er schon. Hallo hier. Kann man hier winken? Das wäre geil. Aber noch online, glaube ich, ne? Tut mir leid, gute Frau. Aber Ihnen will keiner helfen. Vielleicht sollten Sie selber mal Notarzt rufen. Aber ich leide mir kurz die Auto. Ich will sein, dass ich der richte Hypocrite mit dem...